Moment, eine Freundin von mir kommt noch. Ja, eben. Die muss auch mit, die Corinna muss auch mit drauf. Sieht man meine Lippe? Nee. Das ist eine blöde Situation jetzt hier. Ja, mach alle eine Notizen, das wird man nicht verwenden. Natürlich, sehr gerne. Nee, doch, das können Sie schon machen. Also mit dem Nachschnitt hinten rein. Aha, okay. Nee. Und Schnitt. Wir kommen jetzt und reißen den Laden ab. Ja, aber bitte nacheinander. Mina fängt an. Hi. Wer bist du? Hi, ich bin die Mina. Ich bin 27 Jahre alt und komme aus dem Fichtelgebirge. Dem Fichtelgebirge? Ja. Das ist in Bayern. Fichtelgebirge steht für Skifahren, viel Schnee und ganz viel Schneeschippen. Ich hasse Schnee. Was singst du für uns? Ähm, ich sing Stand-Up von Cynthia Eribo. Okay. Ja, mach. Ich mach. Großes Mikro. Ah. Hallo. Dankeschön. Sie gibt niemals auf, ja? Ich geb nicht auf. Also, viel Spaß. Dankeschön. Na dann, let's go. Ich bin ein. Ich bin ein. Musik Musik Das ist nicht gut genug, oder? Sie kann schon ein bisschen singen, aber reicht sie nicht aus, ne? Für mich. Ja, ja. Okay, danke schön. Ja, ich fand es ein bisschen langweilig einfach. Ich war ganz weit davon entfernt, mich irgendwie zu berühren. Und ich kann ja noch nicht mal sagen, warum. Beatrice? Du hattest so kurze paar Blicke drauf und du dachtest, ja, und dann bist du wieder kurz so ins Lachen gekommen und du wusstest nicht so genau. Für mich hast du es noch nicht so ganz durchgezogen. Okay. Okay. Und mich. Was denk ich? Du hast richtig gute Passagen gehabt und Passagen, die mich gar nicht überzeugt haben. Und jetzt versuche ich gerade herauszufinden, ob die guten Momente mir ausreichen. Und die reichen mir aus. Ich bitte eine Chance. Danke. Ich möchte dir gerne eine Chance geben. Ich habe es dir schon gesagt. Von mir auch. Okay. Dreimal Ja. We go. Ja. Ja. Ihr dürft euch jetzt auch freuen. Warum? Weil mein Freund kommt jetzt als nächstes. Mein Freund? Okay. Kann der was? Der kann was. Okay. Da sind wir gespannt. Ja, geil. So muss das. Ja, du kommst genau im richtigen Moment. Ja, Mina ist weiter und das ist geil. Ich habe mich zuerst in ihn verliebt, weil er ein echter Charmeur ist. Er ist sehr selbstbewusst und einfach ein hübscher Mann. Ja, 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 ja. So, jetzt kann ich sehen. Grüßt euch. Geht's euch gut? Ja, ich bin der Sven, 31 Jahre. Komm aus Bamberg bei Nürnberg. Mach Musik. Dieter ist jemand, der auf jeden Fall weiß, was er tut. Also, wenn du so singst, wie du sprichst, dann wird's ein Desaster. 90 Prozent der Personen hat er nach acht Sekunden analysiert. Lieber Dieter, ich habe den ganzen Tag Kaugummi gekauft. Okay. Ich kann natürlich auch deutlich sprechen, ja. Mir ging's eigentlich um deutsche Betonung. Was singst du für uns Sven? Don't Hate Me heißt der Song. Hast du irgendeinen bekannten Song? Ja, kommt danach, Here Without You. Machst das super, Menderes. Ja gut, Dieter. Was du sagst, zählt. Ja, Without You. Für mich zählt nur der ganze Kuchen. Ich komm hier nicht irgendwie wegen King Galitzchen oder erste Runde, zweite Runde. Ich will das Ding mitnehmen. Das kann er. Hau rein. Sven, das ist der Geschrei. Das ist der Geschrei. Das ist der Geschrei. Das hat ja mit Musik nichts zu tun. Ja 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 ja. Oh shit. Ja 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 ja. Ich weiß irgendwie. Nein. Ey, immer dieser Teppich hier. Without You würde ich sagen, im Recall. Ich hab deiner Freundin gesagt, sie meinte, du bist richtig gut. Hätte sie dir sagen können, dass es hier nicht so gut ist. Das stimmt nicht. Für mich hat es leider auch nicht gereicht. Das kann doch jetzt nicht sein. Nein, aber ich hab mich voll drauf gefreut, das mit ihnen zusammen zu machen. Wer kann das? Ey, was soll die Scheiße? Fier mal nein. Okay. Macht uns den Applaus. Leider kein Zettel. Die waren gemein, die waren richtig gemein. Ja schon, aber ist ja eigentlich auch egal. Das ist halt jetzt die Sysrank. Ich finde es jetzt gar nicht schlimm. Dann gehe ich jetzt alleine in den Recall. Und, ja, let's see, wo die Reise hingeht. Gar nicht. Ja.